Dieses Restaurant ist alles außergewöhnlich. So lautet das Motto im Retro auf der Vorgartenstraße im zweiten Bezirk. Ob das Essen gut ist, das habe ich für euch getestet. Drinnen ist das Restaurant sehr modern und schön eingerichtet. Ideal für einen gemütlichen Abend mit Freunden oder zu zweit. Das ist die Bar, ein richtiger Hingucker, oder? Als Vorspeise gab es ein Bifter da, geschmacklich 1A. Danach habe ich mir einen Burger bestellt, der war sehr gut. Meine Freundin hatte Spare Ribs und die haben ja auch richtig gut geschmeckt. Und das Filetsteak unserer Begleitung durfte ich auch probieren. Freunde, ich habe noch nie so ein zartes Steak gegessen. Das Highlight war für mich diese gute Nachspeisen-Variation. Und am Ende gab es auch noch ein kleines Tiramisu zum Drüberstrahlen. Das war so cremig und köstlich. Das Retro ist echt eine Herzensempfehlung. Schaut's gern mal vorbei.